Leute, vor wenigen Tagen habe ich erst darüber gesprochen, ein XXL News Update, was Season 20 betrifft. Mittlerweile habe ich, Stand heute, einige Quellen mehr entdeckt, die jetzt felsenfest behaupten, dass wir in Season 20 tatsächlich eine neue Waffe bekommen. Achtung, es ist die gleiche Waffe, über die ich vor einigen Tagen für dieses XXL Video schon gesprochen habe. Aber mittlerweile ist bekannt, inwieweit sich die Waffe, Stand Season 20, wenn es dann reinkommt, von der Fanatic Feuerpistole oder Energy Handfeuerwaffe unterscheidet, so wie sie geleakt wurde. Ich zeige euch nochmal ganz kurz das Gameplay. So schaut die aus. Aktuell scheint es so zu sein, als würde es noch immer eine Energy Waffe bleiben. Achtung, wer sich hier ein bisschen irritiert fühlt. Die Waffe sieht hier in den Gameplay-Tests aus wie die P2020, weil es final dort noch gar kein endgültiges Design gab. Und deswegen lasst euch hier nicht irritieren. Das sind tatsächlich originale Playtest-Aufnahmen als Platzhalter. Wurde da einfach nur die P2020 genommen. Und im letzten Video, wo ich darüber gesprochen habe, dass wahrscheinlich die meisten von uns sagen, ich hätte lieber ein Sturmgewehr oder eine Marksman-Rifle und so weiter und so fort, bin ich nach wie vor der Meinung, eigentlich wäre es geil. Ich sage euch gleich, was ich an der Waffe ändern soll. Nach wie vor bin ich der Meinung, eigentlich wäre es geil. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, mal eine Alternative zu finden. Natürlich, wenn du irgendwo droppst und du findest die P2020, hast noch keine andere Waffe oder eine Mosambik, dann hebst du die natürlich erstmal auf. Aber ehrlich, im Normalfall, in der Regel schmeißt du die sofort weg, wenn du irgendwas Besseres findest. Deswegen werden die meisten sagen, komm, eine Handfeuerwaffe, so eine typische Starterwaffe braucht kein Mensch. Deswegen hoffe ich nach wie vor, dass vielleicht das, was vor ewigen Zeiten mal geleakt wurde, dass vielleicht die P2020 dann wirklich mal eine Starterwaffe wird. Auch was jetzt inhaltlich zu der Fanatic eigentlich mit dem Video nichts zu tun hat. Aber vielleicht wird ja die P2020 wirklich mal eine Starterwaffe, so dass wir droppen und sofort die P2020 in der Hand haben. Denn ich denke, die Fanatic könnte trotzdem, auch wenn sie eine Standard-Handfeuerwaffe ist, eine sehr gute Waffe werden, auch wenn die meisten sich das nicht wünschen. Denn der Unterschied zu den Gameplays, die wir hier sehen, und das ist Gott sei Dank der Fall, es soll keine Akimbo-Waffe werden. Nach wie vor soll es so sein. Ihr seht es nämlich selber, die Schüsse werden ja immer aufgeladen. Wir können ganz normal wie bei der P2020 oder jeder anderen Einzelfeuerwaffe einfach drauf losballern. Aber wir können die Schüsse auch aufladen, sodass der Feuerstoß deutlich stärker ist oder das Projektil, was dann zum Schluss bei dem Gegner eintrifft. Aber was sich zu den Gamefiles geändert hat, beziehungsweise zu den geleakten Gameplays ist, dass es keine Akimbo-Waffe wird. Nochmal für alle, die nicht wissen, was Akimbo bedeutet. Du hast links und rechts in der Hand jeweils die gleiche Waffe. Also der Nachteil, wenn das jetzt so kommen würde, wie es geleakt wurde, das Gameplay, könntest du natürlich nicht anvisieren. Also die Waffe soll ganz normal kommen, droppen, du kannst die in einer Hand halten, du kannst anvisieren, du kannst die aufladen, du kannst ganz normal drauf losballern. Und so soll die Waffe kommen. Und ich könnte mir vorstellen, mit einem Ladeschuss, wie bei der Charge Rifle zum Beispiel oder der Repeater, könnte das schon eine starke Nummer sein. Denn natürlich ist es nicht die Nonplusultra-Waffe, die wir uns vielleicht alle wünschen, wie ein neues Sturmgewehr oder so. Aber es ist mal eine Alternative, irgendwas anderes. Aber Respawn hat immer gesagt, der Lootpool soll ja so gering wie möglich gehalten werden. Deswegen gehe ich davon aus, dass in Sachen Waffen vielleicht irgendwann mal irgendwas passieren wird. Und wie gesagt, die P2020 als Starterwaffe oder so, die lässt du normalerweise fallen. Aber auch bei den Hop-Ups ist ja eine regelmäßige Rotation. Und die P2020 oder die Mosambik lässt man zum Beispiel auch mal nicht fallen, wenn du die Hammerpunkt-Munition findest. Sind wir mal gespannt, was da noch auf uns zukommt. Wenn ich darüber mehr weiß, lasse ich euch das auf jeden Fall wissen. Und in den nächsten Tagen wird es noch weitere Season 20 News-Updates geben. Ich habe noch zwei weitere Themen für euch. Lasst das aber bewusst in diesem Video aus, um es ein bisschen spannend zu halten, um ein paar mehr Videos euch zu präsentieren. In diesem Sinne. Es geht übrigens um eine neue Legende und noch ein paar neue Items, die eventuell ins Spiel kommen könnten. Lasst euch mal überraschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.